Ich glaube auch nicht, dass ich Markenlos verbringe. Ich habe Markenlos, das weiß ich, aber... Alter, da feier ich mich jetzt ziemlich fort jetzt. Wenn jemand mich nicht heilt, bin ich tot! Halt doch! Halt doch! Was war denn das? Ja, da kommen mehrere Wellen. Ich glaube, wir schieben. Guck dir den Scheiß an, wie viele kommen! Mitzumachen oder Bock dazu haben. Aber dann auf YouTube wird es dementsprechend auch angeschrieben, dass... Jo, was war das denn? Du bist hier vorbei, gehst wie so ein Schlitzschuläufer. Oh, guck dir das! Was ist das denn, Junge? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Du bist richtig am... Das ist kein Laufen! Und Mark schon wie der Angeber mit seinem Rucksack. Drücke hast dich dafür wahrscheinlich, ne? Hast du vor, unterzutauchen? Hat sich wie LMG-Typ angezogen. Ja, CTF ist das... Ja, CTF ist das... Entschuldigung, LMG sehr schnell. Ja, CTF, ja. LMB ist das... Es kommt ein bisschen schwarz-weiß vorher. Ja, Schlacht haben wir eine Runde gespielt. 20-0. Okay. Okay. Das war ziemlich eindeutig. Und da haben wir eine Runde... Nein, zwei Runden am Last Stand gespielt. Oh, okay. Eine Runde und eine verloren. Okay. Und dann haben wir halt Dark Zone gespielt am Ende. Mhm. Und... Da hatten wir auch... Richtig viele Spieler und... Zum Glück noch keinen Leg Switcher dabei und... Alter, das war einfach nicht normal, man. Okay. Okay. Vier gegen... Vier gegen zwölf... Haben wir gespielt. Haha. Okay. Ja. Und... Ja. Wir haben ehrenge erreicht, aber... Der hat dann halt... Medikets ausgegangen... Dann einfach halt... Ja, 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 ja. Aber... War schon... War schon krass, ja. Dann kann keiner gewinnen. Nee. Außer der Leg Switcher. Außer der Leg Switcher. Außer der Leg Switcher. Der gewinnt immer. Der gewinnt immer, ja. Junge, Junge, Junge. Wie die Pumper, die laufen, ne. Und die schießen auf der Hüfte mit der Pumpe, ne. Der ist ja sowas von scheißegal. Ja... Ja... Die haben Schneiderpumpen immer. Haha. 30 Meter. Achso. Wie er so anvisiert einfach mal. Klatsch. Klatsch. Aus der Hüfte einfach. Einfach mal aus der Hüfte. What the fuck. Das war ja immer beim Meteor so lustig. Wenn du hochgelaufen bist. Oder hochgelaufen bist. Von 30 Meter ohne dich. Ja. Ja. Uh. 4-0. Wann kommen denn die Gegner her, Mann? Hinter uns? Ach nee. Also unsere. Junge, Junge. Ich habe schon... Ich schieße auch unsere Bots schon die ganze Zeit. Hahaha. Nein, die sind wieder oben. Die sind wieder oben. Skull, 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 skull. Wie lange... Wie lange habe ich denn LMG-Buff? What the fuck, Alter? Ja. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich was gesagt. Ja. Das war Schluss. Hahaha. Ne, der war jetzt aber echt pervers lange. War das jetzt drei verschiedene Türen oder wie war das? Ne? Ja, das hat aktiviert. Ah Mist. Die haben überall gesessen. Wir müssen die Stuhl. Ich weiß nicht was was war nochmal. Hahaha. Ich weiß nicht was was war nochmal. Ja, keine Ahnung. Ich glaube... Ich glaube in der Mitte... Unten... Das war das mit dem Strom glaube ich. Ja, jetzt muss einer... Ja, von euch muss das sagen. Ja, alles gut. Ja, ja. Du musst das nicht fragen. Ja, ja. Alles gut. Okay. Ja, das war das mit dem Schild. Woh, woh, woh. Nein, 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 nein. Kommer nicht. Das Ding schießt immer noch, okay? Ich weiß nicht, zwischen die Tür oder so, naja. Schon wieder die Schottis. Die Schottis, ja, ja. Ich jack die Sau hoch. Hier, weißt du, ich hör was? Nee. Jetzt mal? Aber hier, ja. Ah, hier, hier, hier. Lassen Sie die nicht zu, ihr Agent. Erledigen wir das Ding. Junge, der Schottis schon wieder, Junge. Guck dir das mal an, wie der rennt. Da muss noch einen gleiche Typenstelle kennen, aber ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht, was ich da mal war. Ja, mir geht's genauso. Also, ich weiß auch nicht, was hier nochmal war. Ich darf echt nichts sagen, ja. Nein, dann sehen. Kann man mitgegen dir töten, das weiß ich. Nein, das macht recht. Scheiße, 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 scheiße. ... Nicht geil, scheiße, scheiße, scheiße. ... Was ist denn jetzt los? Wo ist der Rest? So. Von oben runter, ja. Das war, glaube ich, mit dem Sniper, das Problem, glaube ich, oder? Irgendwie so oder so. Ja, ja, ja. Ja, dick auch. Moin Wobczy, grüß dich. Links und rechts. Einmal raus. Seos. Der Sniper, ja. Ja, der shot dich schon wieder. Wie er runter springt und snipet, ne? Der ist der beste, Mann. Junge. Ich liebe das Übersteuern im LMG. Boah. Nicht nachladen, nein. Wie die da alle sitzen. Schau dir das mal an doch. Komm schon. Alle GTF müssen überleben. Ja, 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 so war das. So war das. Na ja, der ist bis jetzt weg, der einen da. Ja, ey. Ja, jetzt aber. Die sitzen da, also du kommst auch da nicht hoch, ne? Ne, hab ich ja geguckt seitlich immer. Ja. 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 Komm da raus. Ja. 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 Jawoll. Irgendwie ist das nervig. Ach so, sowas. Stimme anhalten. Ja, stimmt, ja. Ah ja. Ja. Und am Ende kommt, glaube ich, der Dicke, glaube ich. Und drauf halt, wo ist... Links kommt der Dicke. Junge. Oder rechts. Je nachdem, wer dich sieht. Die Pumpertypen, ne? Ja, die Kiste einfach weggekickt, ne? Ja. Ja, das ist ein Schaden. Ey, der Dicke ist wieder im Raum drin, aus der Hölle. Ja, sind zwei gewesen gerade. Ja, aber einer ist ja zurückgerannt in den Raum. Hä? Okay. Ja, stimmt, da ist... Ja. Jetzt wieder ein Sniper da oben. Ja, komm, das ist ein Sniper. Ja. Na komm schon, komm da runter jetzt, du drauf. Naja. Jawohl. Schwein. Schlimm verbuggt jetzt, oder? Kommt ja gleich wieder da raus. Ja, da steht er noch dran, ja. Das wäre jetzt natürlich direkt, dass es im ersten Lohn schon wieder verbuggt ist. Nein, nein, nein. Hehehe. Nein, die Güte, ne. So, eher so verständlich, weil die Unision so lange dauert, ne? Ja, ja. jetzt kommt da rechts rechts das ist der boss die komplett dann darüber alle nein 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 wechseln wechseln wache wechseln bababa das interessanteste ist dass nur die lüte kommt das sind die beschützze er macht Machen wir alle in... Stürmer wieder, links. Mehr schreien. Uh, bei mir! Das ist gar nicht, was du hast. Voll easy, gar kein Schaden. Ja, Marc schon gerade. Ja, ja. Na gut, ich bin auch wohl es eng. Ich auch, ich auch. Ich brauch gar keinen Schaden. Ich bin auch, ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Nein, boll. Ich bin auch. Ja. Uff. Ich schätze, dass wir in meiner Arbeit noch... Ja. Wenn sie da rausgucken würde. Ich liebe das übersteuern, ne? Also wenn einer ruft der Wache kriegt, will ich gerne nehmen. Willst du jetzt zum Rentenalter hier nur ruft der Wache zusammenbasteln, oder? Na klar. Na klar. Na komm schon. Weg, schießt er mit. Party time! Ja, ja, ich werde. Party time! Nein. Komm schon nicht her. Babb, kommt raus alle. Ey, du draus! Das ist echt. Too much. Puh. Versuche mal zu schocken hier oben. Daneben. Ja. Doch, die bleibt da stehen und dann ist sie. Hä? Na los. Na los. Wie die sich da alle verstecken, ne? Können wir gleich wieder so stürmen, ne? Junge, Junge. Ja, jetzt. Nicht nachgeladen, nein. Na komm schon. Komm, komm. Einmal rausgucken. Oh, ich hab die Leutigung frei geschaltet. Bitte fuck. Der Duke. Moin grüß dich. Aus dem hohen Norden, ne? Naja, das muss ja bei mir sein, irgendwo. Naja, das muss ja bei mir sein, irgendwo. Tja. Geil sind wir frei. Ziel erfüllt. Geil sind wir frei. Feinde im Anmarsch. Feinde im Anmarsch, aber wieder? Wo? Hier? In die Lobby zurückkehren. Alter. Ja, super. Gtf. Ist das dämlich, Junge. Was denn? Alles okay da drin? Gtf. 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 Wo bist du denn? Wo bin ich? Da wurde mich eingeklemmt, das Graben. Ach, jetzt bin ich ja draußen. Okay. Junge, Tür aufgemacht, hab ich erstmal eingeklemmt. Ja, das Standard in Division 1 ist der Standard. Aber ich glaube, dass es... Früher war das bisschen anders gewesen als jetzt, glaube ich. Jaja. Weil früher gab's noch keine 6er Glitzqued. Ja, Status-Effekt, ja. Aber der Chance zu... Reclaimer, Reclaimer ist einfach perfekt dafür. Der macht ja... Über alles, alles was Kistenarten geht. Und nehmt ihr euch den Status-Effekt weg. Ja, den musst du mal markieren mit der Waffe. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Junge, ich treffe aber auch nichts, wenn du dich irgendwie weg bist. Ich glaube, hier fliebe ich da, ne. Und deiner ist doch immer im Brot gegangen, glaube ich. Ähm... Wie schnell die rennen dieser, ne? Ja, auch mit der Waffe. Ja, auch mit der Waffe. Ja, ich... Snappe ganz schnell, aber... Naja. Ja, zwischendurch, ja? Ja, macht wahrscheinlich keinen Schaden, ne? Ja, 300.000 oder so, aber der hält doch einiges aus. Ja, 400.000 mit Waffe. Okay, wieder. Okay, wir sind ein bisschen Waffe, aber ich muss mich nach. Okay, wieder. Wenn der... Wenn man in ihm je nicht so tanzen würde, ne? Ja. Oh, mit der Waffe ist dabei schon nicht schlecht, ne? Naja, 600.000, ja. Oh, der Stromfluss, der Stromfluss. Oh, der Stromfluss ist entdeckt! Ich habe den Dicken. Uff. Was? Danke. Der scheiß Sniper da hinten, ne? So, der Boss versteckt sich die ganze Zeit, wir haben keine Ahnung was. Ja, der Magistron. Zika kommt. Ab, Dicken, Dicken. Ja, ja, mach ich. Raus. Ja, genau. Mal raus da. Zika. 10 Sekunden. Ist ja. Nein! Ja, gelb. Oh, krass ruhig. Ja. Der nächste wird sich ja nicht einfacher. Ja, der denkt. Oh, Schild töten. Einen Schuss noch. Ja. 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 Ja, der ist immer schneller geworden dann. Der Dicke. Am Anfang dachte ich immer, easy ohne Damage. 20 Sekunden glaube ich, ne? Oder so. Oh, okay. Die Nate war gut. Die war jetzt aber richtig geil die Nate. Ja. Der hat das Ding einfach aus deinem Leben geschaffen. Guck mal, wie viel Dicke hier liegen. Guck dir das, Mann. Guck dir, guck dir. Guck mal, wie viel Dicke hier rum liegen. Hast du das gesehen? Junge, ja, Mann. Nur Leichen. Ja. Nur Leichen. Ach du Scheiße. Guck dir da. Ja, jetzt verschwinden die leider. Ja, sie sind verschwunden. Ja, ja. Ich glaube auch nicht. Dass ich Markenlos herbringe. Ich habe Markenlos. Das weiß ich aber. Alter, das war das, was mir ziemlich tot ist. Wenn jemand mich nicht heilt, bin ich tot. Alter. Was war denn das? Ja, da kommen mehrere Wellen. Guck dir die Scheiße an, wie viel Dicke kommt. Nein. Ich komme, ich komme hoch. Ich komme hoch. Nein, Scheiße. The fuck, Mann. Lass mein Elendieren einfach nur mal ein bisschen. Ich mache das schon. Ich mache das schon. Naja, wenn du irgendwie auf dem Boden liegen kannst. Ja. Ich lasse. Ich höre damit auf, auf dem Boden zu liegen. Okay. Fäusten kannst du nach 10 Uhr machen. Alter. Das war jetzt aber... Ja, das habe ich wieder komplett verschwunden. Ich will sagen. Dass da die, die Shot ist gekommen, ja. Ja, aber wie heftig. Das war das auch mit Sprengschutz. Ja. Jetzt weiß ich es wieder, ja. Aber das ist ja dieses, ähm... Okay, okay. Jetzt musst du ihn entschärfen. Und... Da muss ich, glaube ich, ähm... zu Bomben von den... von den... von den... ... und auf dem... 1,2,1,1,1,1,1,1! Ei... Wo? Der Boss läuft ja da oben an dem Belkon. Warum, ne? Ja. Könnte mich auch, wenn ich auch rausfahren. Ja, ja. Wir müssen aber den Ding schützen, den betten. Der bei mir ist? Ja. Ja, der macht nämlich die, 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 wenn ich das scharf mache. Ja. Der wird gar nichts mehr scharf machen, du. Der ist richtig scharf. Komm, neun Schott, ihren Gerant. Wo rennen die hin? Wie schnell, du. Ja, meint. Junge, was los mit denen? Wie die pushen. Also, ich, Division 1, Division 2 ist lächerlich dagegen. Puh! Ah! Nochmal, der Dicke kommt. Vorne. Den Boss, der sich hinter der Ecke versteckt, der Drecksack. Marc, schieß nach oben. Unter ihm steht einer. Schießt auf ihn. Ich höre das, ja. Hast du das geliebt? Oh, geil. Ja, ja. Ja, ich komme, komm. Ja, ich komme, ich komme. Genau. Unten. Hier ist noch ein Dicke. Links. Oh, pumpen, pumpen, bei mir. Alter. Okay, dicke, 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 dicke. Dicke kommt wieder. Oh! Ich komme, ich komme. Ja, ich komme schon. Junge, was ist mit dem Typ? Der tanzt direkt vor mir hin. Da ist noch ein dicker links. Ja, auch Nachtladen, Mann. Der versucht immer wieder Nacht zu laden. Oh, der fokuss mich. Wir müssen überkommen. Junge, wie die sterben. Das ist einfach zu geil. Der Typ lebt immer noch. Oh, zwei dicke, zwei dicke links. Oh, jetzt guck mal die. Die Pumpe-Tüben, ne? Junge, gehen die mir auf den Fett, ne? Alter. Das war's? Ne, ne. Ja, der kommt dann. Ähm, kommst du. Hm. Ich hab halt den Überblick verloren, was hier los ist, doch. Wow! Die Schottes geben mir. Die Schottes geben mir. Die Schottes geben mir. Die Schottes geben mir. Willkommen wieder? Ja, leg sie, deine. Von hinten. Da geht sie wieder. Junge, wie viele. Die Schottes geben mir. Ja, gut. Ja, gut. Ich bin der. Kann man. Ja, ja. Noch einer Ja, ihr fress die ganze Zeit Schrot, Junge Die Typen sind, die weiß nicht, haben die auf mich abgesehen Okay, jetzt kommt der Boss, mit der Bomben, ich hab's gewonnen Der Patrick, komm der Patrick Der Patrick ist gegangen Oh, der kommt ja gar nichts Schlucken Schlucken, das, oh, die Nature wieder hat gesessen, Junge, das ist schon wieder zu geil Aber was für ein gemetzelter, du sagst das, du sagst das, Duke Wir müssen diesen Mann zu meinem Arzt bringen, habt ihr gehört? Bleibt alle ganz ruhig Da war's die zweite Wenn du gehört, oder wie, hä, ich weiß nicht So behindert ist das, Mann Wenn sie schon scheiß X auf dem Boden machen, soll das noch funktionieren, Mann Das ist die Wische, eins, da muss das jetzt auf Gelber rausziehen Ist übrigens nicht schwer, das war alles gekommen, da hab ich sie hergeschmissen Ja, genau, aber, ja, ist schon Nur, es muss noch gar höchstens die Geräte sein Halt, ja Ich glaube, die Schwierigkeiten bin ich schon Die ist nice Na, stimmt, ja Ich weiß nicht, was sind aus dem Weg Ja 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 Schwierigkeitskraft Ja 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 Unmöglich heißt das, Schwierigkeitskraft Ja 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 Ich hab' keinen Schild Lösen, was da in unserer Leute da hinten drauskommt Wo ist das X denn jetzt hier? Ich bin ja richtig gestartet Ja, ich bin ja wieder raus, mit meinem Oh Gott Aber jetzt, wir kommen in den Kumpen Ich schütze Probleme Habe ich hier die meisten Argo oder was? Der Boss dreht ein Rad und schießt auf mich Das ist der Piker Wir müssen die Geisern retten bevor die Riker sie töten Und das tun sie, wenn sie die Zeit bekommen. Stehe ich jetzt richtig oder nicht mehr? Ja. Erfahren sie, wenn das Licht angeht. Ob sie richtig stehen oder nicht, erfahren sie, wenn das Licht angeht. Nein, ich stehe hinten auch kurz. Ja, du, bei dir war es eigentlich noch gar nicht. Es war bei mir hinten. Bei mir, oder? Nein, bei mir, bei mir hinten war es. Ja, aber meine war noch gar nicht, oder? Nein, bei dir, bei deiner war nicht, ne? Okay. Jetzt kommt sie dann halt dran. Ja, das ist nicht so. Junge. Das ist ein dicker Boss. Komm, bitte. Ich habe einen Bic Horn. Schau mal, das ist ein Bic Horn. Ich habe einen 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 Bic Horn. Vielleicht ist es noch leer. Kann ich noch gar nicht. LMG, wie kommt? Für LMG ist euch schon die Schlimmgewehr. Party time! Oh, der Dicke kommt. Das ist hoffentlich die letzte Runde, man. Ich habe mich noch gefordert. Los, lade jetzt nach der halbe Stunde nach. Ja, töten wir mal nur die Bots, bitte. Danke dir, Ü. Danke, danke dir, mein Lieber. Danke dir für 10 Euro. Ich bin ja voll durcheinander jetzt. Danke dir, mein Lieber. Ist der Dicke weg? Die Dicke ist schon lange weg, ja. Der Big Horn ist der einzige, der hier noch steht. Mit der, der ich hinten. Ganz hinten wieder. Ich war eigentlich davor gut gestanden. Naja, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, wo das X-Experte plus richtig zählt. Nein, bei dir glaube ich nicht. Herr Renske schmeißt den Hilde hin. Hat der gerade die Geist im Gehalt auch noch? Ja, 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 die Geist hat er mit Gehalt, ja. Ah, jetzt haben wir Bacht bekommen. Ui, du. Mann, danke dir, mein Lieber. Ähm, du hast die Hälfte entschieden, dass du so aus? Ja, schon, ich habe die Hälfte noch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen, Renske hat mich aufgeheilt. Oh, jetzt muss noch Hanna durchhalten. Komm schon. Ja, steht bei mir wieder. Oh, zwei, zwei, okay, okay, okay. Komm schon, halte durch. Jawoll, Ziel erfüllt. Er hat sich eingegraben, wir suchen, ihn da rauszuscheuchen. Ja. Kann, ja, kann nur nochmal Danke sagen, der. Auf jeden, Mann, vielen Dank. Oh, kass, ich schau. So einiges ist mir natürlich dir zu verdanken, mein Lieber, für die tausend Abos. Ne? Ja. Zurück, zurück, wieso? Wollen wir hierbleiben? Da ist er stark. Nein, es geht. Okay. Wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt? Jetzt einfach alle killen. Kill alle, kill them all. Und jetzt kommt wer? Der andere Boss jetzt. Ah, der wahre Boss. Er ist jetzt. Bobcat, Bobcat. Ich verstehe, weiß, für kurze Zeit, glaube ich, oder? Ist das nicht so? Hat er nicht aus unserem Bad gehabt, irgendwie, oder? Ja, hab ich ja gemerkt, ja. Ja, ja, das habe ich oft gemerkt, ja. Ich hab ja auch gemerkt, ja. Ich hab ja auch gemerkt, ja. Alter, kommen die Pumper, Pumper wieder. Ey, jetzt, glaube ich, oder? Filter, glaube ich, auch, irgendwie so. Das ist besser. Innen, innen, Waffe hat der oben. Ja, und kommt der uns dann direkt. Ach so, der, ich will doch gar nicht schauen, gerade, ne? Ah, jetzt hat er so einen komischen blauen. Oh, was er für den Schaden macht, Alter. Ja, 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 ja. Das war auch noch Schaden hier. Ja, ja, jetzt kriegt er gar keinen Schaden, macht aber selber perversen Schaden, doch. Der ist ein dicker Mann. Komm. Ah, jetzt kriegt er wieder Schaden, der Typ. Ja, versuch ich, versuch ich. Junge. Ja, der fühlt sich wieder. Ja, der hat mich wieder bach, der hat mich wieder bach. Uh. Jetzt kommen die anderen Pumper. Das ist das, fack. Oh, was, 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 was? Ah, der hat mich wieder gemacht, die Dreck, sauf. Uff, das hat mich beinahe jetzt gerade aus dem Leben gekriegt, doch. Ach, Floor gibt's nur noch für dich. Na, danke, ey. Danke, danke, danke. Ja, bekommen wir Schaden. Ich hab die immer eh schnell voll, Floor. Irgendwie viel man noch auf ihn schießen muss, das ist der Wahnsinn, du. Das ist ja fast wie eine ganze Mission hier. Ja, ein Kuchibisch ist ja eigentlich jetzt... Ja, drei oder vier Missionen in einer Mission. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, zwar. Junge. Obwohl, Schaden, Baf kommt. Ah, das ist so... Ah, ja, okay. Er hat Baf, Schaden, Baf jetzt. Na ja, klar, mach, dass er Baf wieder hat. Keine Drecksaugen, direkt vorm Ende. Mhm. Der hat die Gelb aktiviert, wie war das? Ich will nicht töten, wo er an uns hörbar ist. Jetzt, dass er jetzt gerade wo Ende ist, dann kommt es wegen dem Schaden. Geil. Hier ist die Dicke. Ich stehe die Arbeit nicht, ey. Junge. Wir müssen jetzt eben die ganze Bots erledigen. Was ist dein Ernst, Bruder? Ja. Ist noch einer? Junge, wie die explodieren mit Granate. Ey, jedes Mal. Das ist einfach zu Kerstüge. Ja, das ist eben die Sasche, von denen du dir wegschießen kannst. Na, wie ihr Blot. Hehehe. 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 Genet war daneben. Junge, du kannst nicht mal durch diesen Ding als, äh... Durch das Gitter. Durch das Gitter. Du kannst nicht auf dir, wie kannst du die Tür schmeißen. Aber schießen kannst du dann durch. Junge. Oh. Nein, ich erinnere mir, das ist schon schwerer als der Boss. Hehehe. Damit fühlt ihr euch steg, was? Ich schwöre als der Boss. Hehehe. Der war echt gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. so was hat man gebraucht ruf der wache oder was ja endlich damit richtiger thompson exosche behälter was ist da wohl drin ich habe nicht die perfekten also die waffe muss man dann halt ein bisschen anders gestalten die talente müssen anders versetzt sein also anders aufgeteilt beim haus zum beispiel oder sonne danke dir der gedanke ich habe das wo habe ich das das ist ja das jetzt mal wie das gleiche angezeigt ja ich habe im bosch habe ich drin dafür habe ich zu wenig zähigkeit junge und schieße ist das für eine waffe also das ist die du vermisst die waffe vier mann ja die haben sie dem vier ist ja neu plus ultra in diesem geben halten und das ist das problem was sie haben wir haben das extra so gemacht damit das ja und beide haben sie dann gemacht ja sie haben wir haben halt meter damit abgeschafft abschaffen wollen und ja das problem haben sie dass ein anderes meter dadurch geschaffen also das spiel ist ja ja genau die spiele sind ja nicht um die finden sich schon ein eigenes neues meter so ist es ja nicht naja mp5 nevi sicher habe ich auch also die nevi und links die waren krass das stimmt allerdings die waren kaste ja aber wie gesagt ich habe nachtragen beim haus drin und dann muss halt nicht nachtragen wo es hat drin und keine sache danke danke marcel danke danke marcel